Ich bin gefragt worden, wie ich meine Sportfotos als letzten Step noch mal so ein bisschen peppe. Also wissen ja nicht viele, ich komme eigentlich ja aus der Sportfotografie. Wir sind immer noch viel bei der Fußball-Bundesliga, bei der NFL, bei vielen großen Sportveranstaltungen unterwegs. Und hier geht es gar nicht um die Grundbearbeitung. Wenn es jemanden interessiert, wie wir die Bilder beim Sport grundbearbeiten, kann ich da auch gerne mal ein Video zu machen. Hier geht es einfach nur um den allerletzten Tick, den ich ganz oft ganz zum Schluss noch mal mache, um die Sportler noch ein bisschen mehr rauszuholen aus dem Bild. Und das ist super einfach. Das ist ein ganz einfaches Ding. Es funktioniert wahrscheinlich nicht bei allen Fotos, aber bei ganz vielen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Guck mal auf den Monitor. Das ist ein Foto Heimspiel HSV gegen Braunschweig. Ich glaube Braunschweig. Das ist der Herr Dompet, der hier im gegnerischen Sechzehner probiert, seinen Gegenspieler auszutanzen. Das Bild ist eigentlich so fertig. So würde ich es eigentlich an die Verlage schicken oder wo auch immer die Bilder hin sollen. Und es gibt trotzdem noch so einen ganz einfachen Hack, die jetzt noch so ein bisschen mehr herauszuholen. Und das mache ich mit der Tonwertkorrektur. Also Command L habe ich die Tonwertkorrektur ausgewählt. Und gerade die Anfänger machen ganz oft den Fehler, dass sie dann anfangen, das Bild hier einfach nur heller zu machen. Und ihr seht, da verliert das nachher ganz schnell so an Details. Das fängt nachher an richtig so zu strahlen und so. Also der Regler bringt uns eigentlich nicht wirklich weiter. Was ich eigentlich immer noch mal mache, ist, dass ich nur die Mitteltöne anfasse. Das Bild jetzt deutlich überbelichte. Also schon ziemlich weit, dass es fast zu blass wirkt. Und jetzt hier hinten noch mal anfange, die Tiefen so ein Stück zurückzunehmen. Gar nicht viel. Seht ihr das? Fällt vielleicht jetzt gar nicht so auf. Wir schauen aber mal vorher, nachher, vorher, nachher. Anderes Bild. Herr Jatta, nachdem er getroffen hat. Was ich jetzt natürlich machen kann, ich könnte den Effekt einfach noch mal anwenden. Und das mache ich mit Apfel F. Ich mache das noch mal ganz kurz zurück. Ich kann hier ja oben beim Filter sagen, die letzten Filter einfach noch mal anwenden. Dann würde ich das hier auch machen, aber das ist mir fast noch zu wenig. Ich mache noch mal Apfel Z. Ich mache das noch mal zurück und ich dupliziere kurz die Ebene, damit man es noch mal besser sehen kann. Ich kann es noch mal einen Ticken größer machen. So. Gehe wieder in die Tonwertkorrektur. Also wie gesagt, das Bild ist eigentlich so fertig bearbeitet. Es ist immer nur, dass ich noch mal probiere, kann ich das noch ein bisschen mehr strahlen lassen. Wenn ich nur hier hinten an der Helligkeit rumspiele, seht ihr, Details gehen ganz schnell verloren. Ich nehme also die Mitteltöne, mache es einfach mal deutlich heller. Aber Details müssen noch halten bleiben und fasse jetzt hier ganz vorne an und gehe mit den Tiefen noch mal ein Stückchen wieder runter und schon knackt er ein bisschen mehr. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also das Bild ist dann nachher ungefähr in der Größe nur. Und wir haben hier noch eins von unserem Ludo. Machen wir genau das Gleiche. Wir duplizieren. Das machen wir nur, um jetzt vorher, nachher zu sehen. Command L, Tonwertkorrektur. Nochmal, wenn ich hier jetzt anfangen würde, würde das ganz schnell anfangen, Bilddetails zu zerstören. Wenn ich jetzt aber nur die Mitteltöne nehme, es deutlich heller mache und jetzt hier hinten anfange, nehme ich ein bisschen runter, nehmen, kommt da schon noch mal ein bisschen mehr raus. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ganz einfacher Hack. Wie gesagt, nur ganz zum Schluss. Geht hier gar nicht um die komplette Bearbeitung. Wenn das interessant ist für euch, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir auch mal so ein paar Sportbilder von A bis Z bearbeiten. Wollte ich nur mal so ganz kurz zeigen, weil jemand gefragt hat. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.